Hallo. Hallo. Da bist du ja schon. Geht doch noch gar nicht los. Wieso? Ja, im Oktober geht es los. Im Oktober geht es los. Aber du kannst ja schon mal bei uns auf der Homepage gucken, dich für den Newsletter registrieren, bei Instagram und so und dann kommst du das nächste Mal genau richtig und dann machst du mit bei der Kampagne für unsere Biergartenlaube. Hier auf Startnext ab Oktober. Okay, alles klar. Bis dann.